Wir bringen uns vorwärts in den Zocken. Ach, Schatz auf! Diese armen Schweine. Okay, rote Tür. Das ist sie. Besser als nichts. Dann mal los. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Das ist sie. Ich bin unschuldig, das schwöre ich. Hey, Moment. Warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey. Wo wohnst du? Bist du top? Ehrenblick, dass ich woanders hin muss. killed. Jauvin! 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 Got to do. Shit. Jauvin! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Feuer? Ich rauche nicht. So nicht zu gebrauchen. Wenn ich es nicht verkaufen kann, will ich es nicht. Hey, wer bist du? Du gehörst dir! Das geht ja gut los. Scheiße. Komm mit, Freunde. Ich brauche Schlaf. Du kannst im Laster schlafen. Nein, danke. War's das dann? Fast. In der Gasse sind noch welche. Verdammt. Super teile. Heute Nacht geht's los? Kannst kaum erwarten. Hab genug von diesen Leuten. Nein. Schlaf, sag. Noch eine. Pink, Lotus. Was soll das heißen? Ich bin bei Assafs, seit der ganz Indien nach Plunder abklappen. Hab's kaum erwarten, berüchtigt zu werden. Vorsichtig. Ich hab genug von dieses Gleitraben. Wann kämpfen wir gegen die Tyrann? Assafs hat, er braucht keine Vorbereitungszeit. Die Regierung hält uns geeintet. Das werden sie nicht mehr lassen. Wir sind hier seit Wochen. Wann geht es weiter? Da drüben war nichts? Hey, bist du doch da? Geschafft. Die indische Armee meint es ernst. Ah, Pink Lotus. Hab ich mir anders vorgestellt. Das ist mindestens zwei Ziele. Das Lager und dann... Du bist ihr Falschmädchen. Was zur Hölle? Du bist zu spät, Fraser. Ich freut mich auch nicht zu sehen. Scheiße, ich hab uns erst alle eins erledigt. Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich hab Wochen gebraucht, um Assaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegssetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Das Basis. Das Basis. Das Basis.